Es ist eine Tatsache, dass über 90 Prozent, weit über 90 Prozent der Empfehlungsgeber im MLM scheitern. Das gleiche gilt im Übrigen für Menschen, die online Geld generieren wollen, also online Marketing, Internet Marketing betreiben. Und das ist eine traurige Tatsache und es müsste nicht so sein. Das könnte man ändern. Es gibt drei kritische Schlüsselfaktoren, die entscheidend wichtig sind und die sich verändern müssen, damit sich Erfolg einstellen kann. Nun, ich habe ein Video gemacht mit dem schönen Titel Die Online Marketing Revolution und ja, es ist kostenlos zu haben. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, bitte klickt auf den Link und dann könnt ihr das Video gerne anfordern. Es kostet absolut nichts und es steht euch zur Verfügung. Ich erkläre wirklich detailliert, was die Faktoren sind, die sich verändern müssen, damit ihr auf ein ganz anderes Spielfeld kommt und erfolgreich arbeiten könnt. Ja, jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun, nämlich klicken und es gibt nichts, außer man tut es. Tut es jetzt! Euer MLM-Coach Claudia Heilmeier. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.